Göttliches Gelächter Wolf-Sugatha Schneider Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und sie gehen wieder ab, schrieb William Shakespeare. Friedrich Schiller sagte dazu, Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Als dritten möchte ich Osho zitieren. Der, Buddhas letzte Worte, sei dir selbst ein Licht, abwandelte in, sei dir selbst ein Witz, dann hast du immer was zu lachen. Das könnte schon mal die Unterhaltungskosten, die im Lauf des Lebens zusammenkommen, gegen Null schrumpfen lassen. Brot und Spiele sind ja das, was uns Menschen motiviert. Wenn man sich als Witzfigur versteht, die in Kauf nimmt, bei sich selbst und anderen Heiterkeiten auszulösen oder das sogar beabsichtigt, dann ist man immer gut unterhalten. In besonderen Momenten erfasst auch uns diese Klarheit, dass wir nur Spieler sind auf der Bühne des Lebens und dass wir dabei, je nachdem wie man hinschaut, ziemlich komisch aussehen. Wir sind tragische Figuren, weil das Schicksal mit uns spielt. Wir sind komische Figuren, weil wir selbst mit dem Schicksal spielen und beim Drehbuch unseres Lebens mitarbeiten wollen und dabei scheitern. Wenn wir Pilze oder LSD eingenommen haben, ist es ziemlich leicht, das zu erkennen. Unser weltliches Streben erscheint uns dann als Witz. Das Scheitern ebenso wie das Gewinnen. Der Kosmos kommt auch ohne unser Zutun von selbst ganz gut zurecht. Zudem ist unser Zutun ein integraler Teil davon, es darf also auch unser Zutun bleiben. Gelingt das Leben oder gelingt es nicht? Was für ein Witz! Das Spiel kann so oder so ausgehen. Ob dabei ein Ziel erreicht wird oder nicht? Who cares? Dabei sein ist alles. Zeuge sein, sich selbst zuschauen und dabei gewahr werden, daß Innenwelt und Außenwelt eines sind. Reine Maria Rilke schrieb, Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. Oh, der ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Können wir diese mystische Sicht der Dinge auch im Normalzustand erleben, ohne Einnahme psychedelischer Substanzen? Karl Valentin konnte es. Viel früher auch schon Till Eulenspiegel und Miguel Cervantes in seinem Roman Don Quixote, der zum meistgefeierten Werk der Weltliteratur wurde. Drogba Künlek konnte es, als er in Tibet um 1500 über die Heiligen seiner Zeit und Kultur spottete, ebenso wie der Zen-Meister Ikju Soyun und viele andere. Humor ist oft als etwas beschrieben worden, das geht, wenn sonst gar nichts mehr geht, wenn alle anderen Wege und Auswege versperrt sind und man trotzdem lacht. Dabei schlüpft der Mensch aus seinem alten Ich heraus und entkommt so weltlichen Verstrickungen. Er wird ein anderer. Eigentlich war er ein anderer schon vorher. Der andere steckte schon in ihm, er kam nur so selten dazu, sich zu zeigen. In euphorischen Zuständen kann sich uns dieser Witz zeigen. In tiefer Trauer und Verzweiflung, in der Liebe oder nach Einnahme einer psychedelischen Substanz, wenn Dosierung und Umgebung passen. Es gibt Menschen, die glauben, nicht mehr lachen zu können. Dann nehmen sie vielleicht Antidepressiva, die ihnen ein Arzt verschrieben hat. Oft helfen die kein bisschen. Manchmal hilft ein Rauschmittel wie LSD oder Psilocybin in solchen Fällen besser. Denn es zeigt, dass du hier unten auf der Weltbühne nur eine Rolle spielst. Mit der wirst du scheitern. Spätestens mit dem Tod ist sie zu Ende. Also lachst du besser schon jetzt darüber. Scheitern wirst du sowieso. Auch Lach-Yoga hilft ein bisschen. Es trainiert die Lachmuskeln und ist gesund. Allerdings verhilft das noch nicht zur Einsicht in die Komik unserer irdischen Dramen. Es weitet noch nicht einmal den Blick dafür. Für diesen Blick brauchst du Lebenserfahrung oder noch besser Selbsterkenntnis. Einsicht in sich selbst. Alle, die sich selbst schonungslos genau dabei beobachten, was sie so den ganzen Tag lang tun, denken und fühlen, werden fast unvermeidlich zu Humoristen. Selbst hoffnungslos sture, ernsthafte Menschen werden so zu Komikern. Wenn nicht, dann haben sie nur noch nicht genau genug hingeschaut. Oder man wirft etwas ein, um diese Sicht der Dinge zu unterstützen. Dafür genügt unter Umständen schon eine Dosis, die noch keine Apfelmännchen aufspielen lässt, sondern dem mit leichtem Gepäck Reisenden nur ein bisschen Abstand zu seinem Alltagsdrama verschafft. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Film über US-Soldaten, die LSD verabreicht bekamen und denen ein Offizier dann Befehle gab. Sie schütteten sich vor Lachen über den Befehl und konnten kaum mehr eine gerade Linie gehen, geschweige denn exerzieren oder in den Krieg ziehen. Aus die Maus mit Gehorsam, Unterwerfung und Sieg über den Feind. Auch CIA und US-Army haben mit LSD experimentiert, bevor es verboten wurde, haben das dann aber aufgegeben, weil Menschen auf LSD nicht steuerbar sind. Das Zeug über Feindesland abwerfen, damit dort die Front zusammenbricht, auch das war eine Idee der Militärs, die man allerdings nicht weiter verfolgte, vielleicht weil das auch den Kampfwillen der eigenen Truppe untergraben hätte. Das kosmische Gelächter, das aus einem Menschen hervorbrechen kann, wenn er tief genug in seine eigene Seele geschaut hat, ist nicht mitleidlos gegenüber den Leidenden. Es verspottet die Tragik nicht. Es zeigt nur den komischen Aspekt auf, der allem inne wohnt, auch dem Tragischen, wenn man nur die richtige Perspektive dafür findet. Vielleicht so wie in dem Film La Vita e Bella von Roberto Benigni, der als Vater dem Sohn das KZ, in dem sich die beiden befinden, als Spielkulisse erklärt. Da lachen die beiden Protagonisten zwar nicht, aber sie behandeln ihre tragische Situation als Inszenierung und erleichtern sich dadurch das Leben, bis der Sohn von den alliierten Truppen befreit wird. Sinn finden Ob sich unsere Heiterkeit leise zeigt oder laut, still vergnügt oder provozierend, die Einsicht, daß wir nur Figuren sind in einem Spiel, daß göttliche oder irdische Kräfte da mit uns treiben, erleichtert. Es nimmt uns die Schmerzen nicht, aber die Verzweiflung über das Sinnlose, Absurde. Und es gönnt uns die Lust und Freude am Dasein in Absurdistan, wo wir selbst die Schöpfer von Sinn sind, wenn es denn einen gibt. Schöpfer von Sinn und Freude am Dasein in Absurdistan